Hallo Leute, mein Name ist Hotzestin und willkommen zurück zu Faktorio, wo wir mit Bobs Mods spielen. Und heute geht es daran, von den elektronischen Schallkreisen ein paar mehr zu bauen. Und ich denke, das meiste können wir hier drin machen. Alles, denke ich. Aber wir wollen mal anschauen, wie das dann so rauskommen soll. Wir verwenden die hier. Und dann machen wir zuerst mal die. Und das machen wir auch in den elektrischen Assembler. Da brauchen wir noch einen solchen. Und dann brauchen wir Lötzinn. Lötzinn machen wir auch hier drin. Und die Kupferdrähte habe ich insbesondere noch nicht aufgereiht. Denn wir brauchen hier für die Dioden auch Zinndrähte. Und Zinndrähte brauchen wieder Kupfer. Und wenn wir dann hier alles zusammenlegen, dann bekommen wir das richtige Verhältnis. Und wir wollen vielleicht mehr als einen Schallkreis pro Sekunde, sondern ein graues Band, was immer noch nicht viel ist. Vielleicht müsste ich das auch noch bestätigen. Genau. Und dann haben wir hier das Ergebnis. Das heißt, wir brauchen einiges an Assemblermaschinen. Und so wie ich das sehe, haben wir das Verhältnis 1 zu 1 von den Schallkreisen zu den elektrischen Platinen. Das heißt, die können wir direkt reinknicken. Und die Dioden und Soldaten, die legen wir dann auf ein Band und führen die so zu den Maschinen ran. Aber ich denke, ich brauche erst noch ein paar von den Maschinen. Bevor ich alles zusammen habe, was ich denn da so benötige. Vielleicht auch ein bisschen Holz. Eisen ist schon wieder alle. Daran scheitert es. Aber ich brauche auch etwas Kupfer. Ja. Und ich denke, wir machen das hier unten hin. Das Ganze ist alles recht provisorisch. Denn ich denke, über längere Zeit hin werden wir hier weder genügend Platz haben, noch genügend Ressourcen. Um eine befriedigende Menge rauszubringen. Das heißt, wir werden dann irgendwo dediziert eine Fabrik aufbauen. Und dann das Endprodukt hier anliefern, wo wir es mit auf unseren Bus legen können. Ich glaube, ich habe da was hinbekommen. Hier auf der rechten Seite produzieren wir zuerst die Kupferkabel. Die wir dann entweder direkt zu den Zinnkabeln umfunktionieren. Oder den Überschuss, den geben wir hier oben rüber. Den brauchen wir hier für die Schaltplatten. Dann haben wir hier die Zinnkabel. Und anschließend hier die Dioden, wo wir die Zinnkabel dann gleich wieder brauchen. Plus Carbon. Und die Zinnkabel, die legen wir hier rüber, hier auf die Seite von dem Band. Dann die Lötzinnkabel, die sind auch recht einfach. Da haben wir zwei Eingangsmaterialien. Und den Ausgang legen wir hier aufs Band. Und das konsumieren wir dann hier in den Fabriken für die fertigen Schaltkreise. Und die Platten, die kommen hier von der anderen Seite. Und da müssen wir langknicken. Denn hier, das ist der Ausgang für die fertigen Produkte. Und hier ganz links haben wir die Holzplatten, die wir auch noch benötigen. Und wenn wir uns hier mal anschauen, was wir hier benötigen. Dann werden wir feststellen, wir werden zumindest anfänglich nicht in der Lage sein, unsere 7,5 elektronischen Schaltkreise pro Sekunde rauszubekommen. Denn inputmäßig brauchen wir hier beispielsweise 15 Kupferplatten. Und das ist ein volles gelbes Band, wo wir nur ein graues haben. Und dann auch hier produzieren wir mehr Dioden, als wir überhaupt über das Band transportieren können. Das heißt, die Transportgeschwindigkeit wird vorerst mal noch der Flaschenhals sein. Was uns jetzt aber auch noch fehlt, ist die richtige Anzahl der Assemblymaschinen. Denn ich habe einfach mal 2 oben hingebaut, damit wir wissen, wie sieht das Ganze aus. Und für die Holzplatten brauchen wir nicht mehr als 2, für den Lötdraht brauchen wir auch nicht mehr als 2 und für Zinn brauchen wir auch nicht mehr als 2. Aber für die gelben Platten und für Kupfer brauchen wir 8 und für die Dioden brauchen wir 15. Da machen wir 16 draus, damit das Ganze schön aufgeht. Dann kopieren wir das mal rasch. Und weil wir hier die kleinen Assemblymaschinen haben, die 2 auf 2 sind und auf beiden Seiten Knickarme, haben wir hier unten und oben die Strommassen. Und das heißt, wir können nicht das Ganze direkt zusammenschließen, sondern wir müssen hier praktisch immer einen Platz, einen Spaltplatz lassen. Das sind unsere 6 und dann hier, da geht es etwas besser, denn hier haben wir weniger an Input. Und hier brauchen wir nur das, das bekommen wir auch recht kompakt hin. Das sind 8 und dann kopieren wir das Ganze nochmals hier nach unten und so soll das fertige Produkt dann aussehen. Ich muss jetzt nur noch all die Dinger platzieren und dann können wir Strom anschließen, wenn wir nicht Fließbänder und so ausgehen bis dahin. Aber die kann ich ja inzwischen recht problemlos kraften, denn wir haben praktisch alles, was wir benötigen, hier auf dem Band anlegen. Und während ich auf die Bänder warte, kann ich ja schon mal hier die Greifarme machen, die Ströme und alles, was wir sonst noch brauchen. Alles ist angeschlossen und platziert, oder fast alles angeschlossen, denn es blinkt noch recht gelb. Aber das können wir beheben mit einem letzten Strommast. Oder so dachte ich, hier fehlen uns noch ein paar. Und da wird schon produziert. Aha, ja. Wir müssen natürlich hier auch welche Holzbretter aufs Band legen, sodass die von den Maschinen hier dann aufgenommen werden können. Und wir werden hier ein paar auf der falschen Seite haben, denn hier kommen die Kupferdrähte. Und hier haben wir unsere Schaltkreise. Das nenne ich Erfolg. Das Layout an sich ist wahrscheinlich nicht optimal. Das hier zumindest so, wie es jetzt ist, bekommen wir nicht wirklich besser hin. Was ist, wenn ich das so mache? Nicht wirklich ein Unterschied. Aber wir haben immer wieder diese kurzen Zeilen und dann haben wir wieder längere. Und hier sehen wir die Kupferdrähte, die fließen zu langsam durch, als dass hier alle Maschinen arbeiten können. Aber das ist genau das, was wir erwartet haben. Denn wir haben auf den Förderbändern nicht den Durchsatz, den wir benötigen, um den maximalen Output zu generieren. Und hier sind wir mit dem Bus auch ein Stück weiter nach links gerückt. Und wir haben hier unsere erste Klippe erreicht, welche Zinn aufhält. Zumindest für den Moment. Und für Klippensprengstoff brauchen wir mehr Forschung. Und ich denke, das wird dann für die nächste Folge ein Thema sein, wo wir unser behelfsmäßiges Setup hier unten aufbohren und was Richtiges machen. Und ich denke, wenn wir unsere Produktionslinien hier unter dem Bus platzieren, werden wir unsere Forschungsproduktion hier oberhalb vom Bus haben. Und was ich immer gerne mache, ist, dass ich die Wissenschaftspakete rückwärts laufen lasse. Das heißt, der Bus geht hier von rechts nach links, aber die Wissenschaftspakete gehen von links nach rechts, sodass wir hier dann quasi unser Labor haben. Und dann hier die Wissenschaftsfläschchen begonnen mit den einfacheren und die werden dann immer komplizierter. Aber wie gesagt, das ist ein Thema für eine weitere Folge. Für heute sind wir am Ende angekommen. Ich hoffe, es hat euch gefreut. Und schaltet auch nächstes Mal wieder ein für mehr Factorio mit Bobs.